Hallo und herzlich willkommen bei DeWiDividende, dem Kanal für Einkommensinvestoren. Heute möchte ich euch mal einen sehr spannenden und auch exotischen Teil aus der Gladstone-Familie vorstellen und das ist der 1997 gegründete US-amerikanische Reit Gladstone Land. Gladstone Land ist ein einzigartiger Reit, der hochqualitatives Ackerland erwirbt und es an Unternehmen und unabhängige Landwirte im Rahmen von Triple Net Lease Verträgen vermietet. Diese Verträge sehen vor, dass der Landwirt das Grundstück instand hält, Grundsteuern zahlt und die gesamten Kosten für den Betrieb übernimmt und gleichzeitig Miete an Gladstone zahlt dafür, dass er das Ackerland bewirtschaften darf. Landbesitzern und Landwirten bietet Gladstone diverse Dienstleistungen an. Zum einen bietet man die sogenannte Sale-Lease-Back-Option an, also Gladstone kauft einem Landwirt sein Grundstück ab und vermietet dieses dann langfristig wieder an den Landwirt zurück. Dieser profitiert an dieser Stelle davon, dass er sofort liquide Mittel erhält, um sein operatives Geschäft zu verbessern, zum Beispiel neue Landmaschinen zu kaufen und er kann aber trotzdem noch auf seinem gewohnten Grund und Boden weiterarbeiten. Gladstone bietet auch die Möglichkeit für Farmer, die nicht die finanziellen Mittel für den Erwerb von eigenen Grundstücken haben oder auch keine Kredite von Banken erhalten, dass Gladstone diese Ländereien erwirbt und diese dann an den Landwirt zur Bewirtschaftung vermietet. Außerdem kann man, falls man seine Grundstücke verkaufen möchte, diese unkompliziert an Gladstone abtreten. Im Allgemeinen geht Gladstone bei seiner Arbeit sehr flexibel vor und nimmt dabei aber eine sehr gute passive Rolle ein, da man sich durch die Triple-Net-Lease-Verträge aus vielen operativen Schwierigkeiten heraushält und nur die Miete einstreicht. Was ich persönlich toll finde, ist, dass auf den Ackerflächen vorwiegend gesundes Essen wie Obst, Gemüse und Nüsse angebaut werden, was meiner Meinung nach auch viel mehr Beständigkeit hat, als wenn man zum Beispiel Soja für die Schweinemast anbaut. Frische und gesunde Lebensmittel werden auch in den USA beliebter, weshalb ich hier auch die Zahlungsfähigkeit von Gladstone-Mietern als gut einschätze, wenn diese immer ihre Produkte am Markt absetzen können. Zudem sind die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen begrenzt, obwohl die Bevölkerung der Welt wächst. Deshalb denke ich, dass die Farmer in Zukunft noch bessere Preise an den Märkten durchsetzen können und das ermöglicht natürlich mehr Verhandlungsspielraum für die Triple-Net-Lease-Verträge und somit profitieren Farmer und Gladstone selbst. Frische Lebensmittel haben außerdem geringere Preisschwankungen an den Märkten als zum Beispiel Zucker oder Mehl. Zudem sind die Lagerkosten sehr gering, da die Lebensmittel schnell in die Supermärkte müssen, weil Gladstone weiß, dass es auf die Frische und damit natürlich auf schnelle Lieferzeiten ankommt, investiert Gladstone auch hauptsächlich in Farmen, die in der Nähe von Ballungsräumen, in der Nähe von Metropolen liegen. Und das unterstützt natürlich zusätzlich die Betreiber der Farmen, weil einfach deren logistischen Kosten sinken. Gladstone Land besitzt aktuell 83 Farmen, die mit 99,8% nahezu perfekt ausgelastet sind. Die Farmen befinden sich in Arizona, Kalifornien, Colorado, Florida, Michigan, Nebraska, North Carolina, Oregon und Washington. Und Gladstone Land sucht aktuell auch aktiv nach zusätzlichen landwirtschaftlichen Immobilien, um das Portfolio zu erweitern, denn der Reit ist aktuell noch nicht sonderlich groß. 200 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung sind zwar eine Hausnummer, aber im Vergleich zu anderen Reits ist es eben dennoch ein relativ kleines Unternehmen. Hier kann man, denke ich, auf jeden Fall von Skaleneffekten in Zukunft profitieren, sollte Gladstone noch expandieren. Die Dividendenrendite von Gladstone Land liegt aktuell bei knapp 4,5% und das bei einer Ausstellungsquote von den Funds von Operations von 99%. Solche hohen Ausschüttungsquoten sind in der Gladstone-Familie typisch und das sehe ich hier auch nicht besonders kritisch, weil dieses Geschäftsmodell normalerweise sehr stabile Cashflows erwirtschaften sollte und man dementsprechend hier auch keine besonders schwankenden Einkünfte hat, weshalb auch die Dividenden wahrscheinlich nicht belastet werden. Risiken können vor allem der Klimawandel, Naturkatastrophen und nicht mehr fruchtbare Böden sein, obwohl ich auch ehrlich zugeben muss, dass ich mich jetzt im Bereich der Landwirtschaft nicht besonders gut auskenne und vielleicht einige Risiken nicht ganz abschätzen kann. Betrachten wir jetzt noch die geografische Diversifikation der Farmen von Gladstone. Wir erkennen an den orangenen Flächen, dass man in vielen US-Staaten vertreten ist und dass man einen besonderen Fokus auf die Gebiete legt, wo auch die großen Metropolen sind, also vor allem die Ost- und Westküste. Und zusätzlich finde ich hier wirklich gut, dass man weiter an der Ostküste expandieren möchte, weil dort sind ja sehr viele große Städte und in diesen Bereichen sehen wir jetzt hier die grün eingefärbten Flächen und da hat Gladstone Land anscheinend Interesse, weiteres Land zu erwerben. Kommen wir jetzt zu den Dividenden. In dieser Grafik sehen wir jetzt die Dividenden, die Gladstone Land seit 2013 monatlich zahlt und wir erkennen zu Beginn auch schwankende Dividenden. Also es war da ein bisschen abwechslungsreich, aber mittlerweile bleiben die Ausschüttungen auf sehr konstantem Niveau, was meiner Meinung nach auch wirklich zu dem Geschäftsmodell passt. Also sehr schwankende Einkünfte würde ich von Landwirtschaft eigentlich nicht erwarten. Leider haben wir hier aber noch keine Krisenerfahrungen, deshalb sollte man das Ganze auch nicht unbedingt übergewichten. Im Depot aber normalerweise würde ich hier keine Kürzungen erwarten, da Nahrungsmittel eben relativ unzyklisch sind. In Zukunft gehe ich aber auch aufgrund von der wachsenden Weltbevölkerung und den knappen nutzbaren Flächen sogar von steigenden Mieten und somit auch steigenden Dividenden aus. Kommen wir jetzt zum Chart. In dieser Grafik sehen wir jetzt die Kursentwicklung von Gladstone Land und wir erkennen seit IPO erstmal einen Abwärtstrend bis etwa 2016, aber mittlerweile ist man hier wieder auf einem guten Kursniveau angelangt, was auch zu diesem defensiven Geschäftsmodell passt. Kommen wir jetzt abschließend noch zur Gewichtung von Gladstone Land. Meiner Meinung nach ist Gladstone Land ein einzigartiges Unternehmen, was das Partizipieren an den Gewinnen der Landwirtschaft ermöglicht und bietet dabei sehr attraktive monatliche Ausschüttungen bei gleichzeitig geringen Risiken. Deshalb bin ich der Meinung, dass sich sowas eigentlich jeder ins Depot legen kann, da es definitiv ein Markt mit Zukunft ist. Bei der Gewichtung wäre ich aktuell aber noch etwas vorsichtig, weil wir hier eben noch keine Krisenerfahrungen haben und man natürlich nicht weiß, wie die Auswirkungen auf die Solvenz der Landwirte ist, aber ich für meinen Teil schätze hier das Risiko als gering ein, da frisches Obst und Gemüse Grundbedürfnisse des Menschen sind. Also denke ich auch, dass diese in Zukunft weiter gekauft werden, dass die Landwirte weiterhin ihr Zeug absetzen können, dass sie dementsprechend auch zahlungsfähig sind, um die Miete an Gladstone zu leisten. Dementsprechend denke ich, dass man Gladstone Land aktuell als kleine Position mit vielleicht 2% gewichten kann und dann mit der Zeit langsam aufstocken kann, wenn man eben gewisse Erfahrungen mit Krisen, mit Hochzinsphasen gemacht hat und die Zahlungen stabil geblieben sind. Da kann man hier langsam aufbauen, vielleicht so in Richtung 5%. Das ist denke ich eine sehr gute Ergänzung für offensive und defensive Investoren und eine weitere Diversifikationsmöglichkeit. Ich für meinen Teil bin ja aktuell noch nicht investiert, aber erweitere mein Portfolio ja dauerhaft und auf meinem Einkaufszettel steht Gladstone Land mit bei den obersten Positionen. So, das war es jetzt erstmal zu Gladstone Land. Ich hoffe, man hat jetzt im Video meine Begeisterung fürs Unternehmen nicht zu sehr rausgehört, weil ich bin ja der Meinung, dass sich jeder seine eigene Meinung bilden sollte, aber meiner Meinung nach ist das einfach eine super coole Geschäftsidee. Ein Ackerland-Rei, das verbindet einfach die positiven Reiteigenschaften mit den defensiven Landwirtschaftseigenschaften. Das ist einfach eine einmalige Geschichte hier und das mit 4,5% Dividende, die monatlich gezahlt wird. Also, das ist denke ich eine super Diversifikationsmöglichkeit zur Ergänzung im Depot. Es war jetzt aber trotzdem natürlich keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Aktienempfehlung. Außerdem erhebe ich trotz bestem Wissen und Gewissen keinen Anspruch auf Richtigkeit der hier gebotenen Daten und Informationen. Dementsprechend auch keine Haftung für Fehlinformationen oder folgende Verluste. Das ist alles nur meine persönliche Meinung und ich denke, da sollte sich jeder auf Grundlage einer Recherche sich seine eigene Meinung bilden. Das war es jetzt von meiner Seite und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder interessante Werte für Einkommensinvestoren vorstelle. Bis bald!